Bei einer schweren Explosion nahe einer Schule sind in Kabul mehr als zwei Dutzend Menschen getötet worden. Über 50 weitere wurden nach Angaben des afghanischen Innenministeriums verletzt. Der Explosionsort in einem überwiegend von Schiiten bewohnten Stadtviertel im Westen der Hauptstadt wurde weiträumig abgeriegelt. Bei den meisten Opfern soll es sich Augenzeugen zufolge um Zivilisten handeln.